Hier haben wir wieder ein neues Mitglied aus der Easy Products Familie, die flexible Absaugvorrichtung. Sie wird einfach am Arbeitstisch festgeschraubt und ist in alle Richtungen verstellbar, so dass man für jede Brennerposition die richtige Absauglage einstellen kann. Es gibt zusätzlich eine Drosselklappe, mit der die Menge des abgesaugten Volumens geregelt werden kann, bis hin zum Abstellen. Somit ist der Arbeitsplatz immer frei von Abgasen des Brenners.